Das hier ist der Elfenweinspecht. Ganz hübsch eigentlich, aber leider in diesem Jahr ausgestorben. Genau wie vermutlich tausend andere Tier- und Pflanzenarten. Was sonst noch? Hunderttausende Liter Öl fließen vor Kalifornien ins Meer. Verheerende Hochwasser verwüsten auch hier bei uns in Deutschland ganze Landstriche und WissenschaftlerInnen waren jeden Tag vor dem sich wandelnden Klima. Wenn ich die Tagesschau einschalte oder durch meinen Insta-Feed scrolle, dann habe ich manchmal das Gefühl, unsere Welt ist gar nicht mehr zu retten. Überall Unwetterkatastrophen, Waldbrände, Hitzewellen, Dürren und auch massive Regenfälle und Überflutungen. Dann noch Arten sterben, jede Menge Müll im Meer und die Gletscher verschwinden auch. Das Klima wird extremer. Das spüren wir auch hier in Deutschland schon seit mehreren Jahren deutlich. 2021 war laut EU-Daten global gesehen der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und wir verändern erst mal wenig. Wir konsumieren, stoßen weiterhin viel CO2 aus und verfehlen mit unserer Politik ein Klimaziel nach dem anderen. Wenn man das mal so zusammenfasst, will ich mir am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und von alledem gar nichts mehr mitbekommen. Kennt ihr das? Dieses Gefühl von Frustration und Hoffnungslosigkeit? Bestimmt. Aber noch gibt es Hoffnung. Viele Menschen weltweit verkriechen sich nicht unter der Decke. Sondern sie stärken ihr Klimabewusstsein, gehen demonstrieren, engagieren sich für Klimaschutz und entwickeln neue Ideen und Konzepte, um uns voranzubringen. Da gibt es durchaus schon ein paar vielversprechende Erfindungen, Entwicklungen und Entdeckungen. Ob die was taugen und ob sie wirklich etwas bewirken können, das schauen wir uns jetzt an. Nummer 1. Artenschutz Ihr wisst bestimmt, dass durch die Erderwärmung und den Einfluss des Menschen, zum Beispiel durch intensive Landwirtschaft, immer mehr Arten vom Aussterben bedroht sind. Ein Grund dafür ist, dass ihre Lebensräume zerstört werden. Wir haben dazu auch schon mehrere Videos gemacht. Die findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Ein krasses Beispiel für das Artensterben ist das Great Barrier Reef in Australien. Mit über 2000 Kilometer Länge ist es das größte Korallenriff der Welt und Lebensraum für tausende Fisch- und Weichtierarten. Seit 1981 zählt es sogar zum Weltnaturerbe. Seitdem hat es jedoch mehr als die Hälfte seiner Korallenbestände verloren. Durch die hohen CO2-Emissionen versauern die Meere und die Wassertemperaturen steigen. Das Korallenriff bleicht nach und nach aus. Australiens Regierung will das nun mit hunderten Millionen Dollar verhindern. Wissenschaftler entwickeln neue Techniken, um die Korallenriffe aufzupäppeln und vor Erwärmung zu schützen, indem sie robustere Korallenarten züchten. Das könnte zumindest einige Standorte und Schlüsselarten retten. Darüber hinaus entwickeln ForscherInnen riesige Nebelmaschinen, die dem Riff in heißen Phasen Schatten spenden sollen. Bis diese großflächig einsetzbar sind, wird es noch dauern. Klar ist, ohne einen weltweiten Rückgang der CO2-Emissionen und den konsequenten Schutz der natürlichen Lebensräume der verschiedenen Arten, bringt das alles wenig. Die neuesten Forschungen könnten jedoch dazu beitragen, zum Beispiel die Korallen lange genug zu erhalten, bis wir Menschen unsere Emissionen radikal gesenkt haben. Nummer 2. Lebensmittel. Wenn ich heute im Supermarkt stehe, gibt es viel mehr Auswahl an vegetarischen oder veganen Produkten als noch vor 5 oder 10 Jahren. Auch in Restaurants und sogar Fastfood-Ketten ist das Angebot viel größer geworden. Tatsächlich hat sich die Zahl der VegetarierInnen und VeganerInnen während Corona in Deutschland fast verdoppelt. Damit verzichtet zwar immer noch nur jeder Zehnte vollständig auf Fleisch, aber der Trend ist deutlich. Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt. Und das hilft sicher. Denn laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation ist die Viehzucht 2013 für 14,5% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich gewesen. Wie klimaschädlich unser Fleischkonsum sein kann, haben wir hier bei Klimaneutral auch schon mal besprochen. Klickt gerne mal hier oben, da findet ihr mehr zum Thema. NGOs wie Greenpeace kritisieren außerdem, dass die Kennzeichnung von Lebensmitteln noch nicht weit genug geht. Wir werfen außerdem weiterhin zu viele Lebensmittel weg und verwenden zu viele Pestizide in der Landwirtschaft. Auch wenn hier noch Spielraum für Verbesserung ist. Der Trend zum Fleischverzicht macht Hoffnung. Und er beweist, dass wir gemeinsam was verändern können. Klar, das Ergebnis bei jedem Einzelnen ist eher minimal. Aber die Masse macht's. Wenn sich die Nachfrage ändert, ändern Unternehmen ihr Angebot. Die vegetarische Salami im Supermarkt ist der Beweis. Nummer 3. Wirtschaft. Unser Konsumverhalten hat sich nicht nur dabei geändert, wofür wir Geld ausgeben, sondern auch in Bezug darauf, wie wir Geld anlegen. Sustainable Finance, also nachhaltiges Finanzieren, ist im Aufschwung. Immer mehr Privatpersonen, aber auch andere Finanzakteure wie Unternehmen oder Fonds achten bei ihren Investitionen und Geldanlagen auf Umweltschutz und Klimafreundlichkeit. Und das weltweit. Ein Beispiel sind Investitionen in erneuerbare Energien. Deren Anteil an der Nettostromerzeugung ist in den letzten Jahren gestiegen. In Deutschland lag er 2021 bei knapp 43%. Gutes Gewissen und hohe Renditechancen, also Gewinne, schließen sich inzwischen auch nicht mehr aus. Im Gegenteil. Nachhaltige Geldanlagen schwanken weniger und haben sogar höhere Renditen. Das heißt, wer nachhaltig investiert, erhält durchschnittlich höhere Gewinne und ein gutes Gewissen. Sicher braucht es hier noch größere Transparenz, gerade was die Zertifizierung betrifft. Trotzdem kann der Trend in Zukunft immer mehr Unternehmen motivieren, sich selbst Klimaziele zu stecken und Innovationen voranzutreiben. So wird zum Beispiel gerade an der Idee getüftelt, das Schienennetz der Deutschen Bahn mit Solarmodulen zu pflastern und den gewonnenen Strom unter anderem für die Züge zu nutzen. Nicht nur die Deutsche Bahn ist Vorreiter. Mehr und mehr große Unternehmen setzen sich öffentlich für Klimaschutz ein und wollen die Ziele des Pariser Klimaabkommens schon Jahre früher erreichen. Vielleicht klingeln jetzt hier eure Alarmglocken für Greenwashing. Kann natürlich sein. Aber falls die Firmen dieses Ziel wirklich erreichen, hilft das dem Klima. Und das ist ja eigentlich genau die Entwicklung, die wir mit nachhaltigem Konsumverhalten erreichen wollen. Für die Unternehmen soll es sich wirtschaftlich lohnen, sich klimabewusster zu verhalten. Nr. 4. Politische Dimension Fehlen uns noch die richtig großen Player, wenn es um Klimaschutz geht. Wie schaut es denn auf der internationalen politischen Ebene aus? Zwei Länder scheinen da besonders wichtig. China ist für ungefähr 27% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Die USA für 11%. Fette Anteile. Deshalb ist es wichtig, was in diesen zwei Ländern klimapolitisch passiert. Hoffnung macht, dass mit der Amtszeit des amerikanischen Präsidenten Biden die USA wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten sind. Die haben sich damit wieder dem 2-Grad-Ziel verpflichtet und angekündigt, bis 2050 ihre Emissionen auf Netto-Null zu senken. Was ist mit China? Die wollen den Bau von Kohlekraftwerken im Ausland stoppen und stattdessen andere Länder bei der Entwicklung grüner Energie unterstützen. Das ist eher bemerkenswert, weil China bislang als einer der größten Bauherren von Kohlekraftwerken im Ausland galt und viele Projekte der neuen Seidenstraße mit hohen Emissionen verbunden waren. Die Klimakrise muss auf vielen Ebenen angegangen werden. Wenn man das ganze Bild betrachtet, kann man schnell die Hoffnung verlieren. Unsere Beispiele zeigen aber, es gibt Fortschritt. Es gibt nachhaltige Entwicklungen und intelligente Menschen, die sich für die gute Sache einsetzen. Es gibt Grund zur Hoffnung. Was die Beispiele auch zeigen, die Proteste und Bemühungen für mehr Klimaschutz sind nicht umsonst. Immer mehr Menschen verändern ihr Konsumverhalten. Immer mehr Unternehmen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und immer mehr Staaten beginnen, den Ernst der Lage zu erkennen. Wahrscheinlich reicht das noch nicht. Und natürlich rennt uns die Zeit weg. Aber die Ansätze aus diesem Video können als Inspiration im Kampf gegen die Klimakrise dienen. Sich nur die Decke über den Kopf zu ziehen, hilft leider nicht. Welche Dinge geben euch Hoffnung in Bezug auf die Klimakrise? Welche Menschen und Erfindungen motivieren euch? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Hier neben mir findet ihr noch zwei unserer letzten Videos. Und ansonsten geht es hier wie immer nächste Woche weiter. Bis dahin, macht's gut.